Die Technische Universität ist in Dresden nicht nur bekannt, sondern auch berühmt und beliebt. Und wir sind auch stolz auf die Technische Universität. Es sind viele Neuerungen von dort gekommen. Professor Kurbach, der mit Carbonbeton etwas macht. Wir sind in der Nanotechnologie dort sehr beheimatet. Und was ich besonders wichtig finde, ist, dass auch viele Firmengründungen, Firmenausgründungen dann von dort kommen. Professor Steinhagen, dem Rektor, würde ich ein großes Dankeschön aussprechen als Dresdner.